Mit einem Seufzen machte sie sich auf den Weg. Die Tür hatte einen Schließer und fiel hinter ihr von selbst wieder zu. Chloe war keine zierliche Frau und stieg die Stufen vorsichtig hinab. Sie trug Vera Wang-Imitate, Pseudo-Designer-Stöckelschuhe und hundert Jahre alte Architektur können eine gefährliche Mischung ergeben. Der Keller. Ach, sie hasste ihn. Nicht, dass sie Eindringlinge befürchtete. Es gab nur einen Zugang, die Tür, die sie soeben selbst benutzt hatte. Aber der Keller war muffig, feucht, kalt und voller Spinnweben. Was bedeutete, dass es hier hinterhältige, gefräßige Spinnen gab? Sie trat auf den unebenen, rissigen Betonboden, hielt sich links, um ein großes Netz zu umgehen, und lief dafür mitten in einen anderen, langen Spinnwebenstrang hinein, der an ihrem Gesicht kleben blieb und kitzelte. Nach einem lächerlich anmutenden Tanz, bei dem sie versuchte, das verdammte Ding abzustreifen, ohne hinzufallen, setzte sie ihre Suche fort. Fünf Minuten später fand sie den Vorrat an Rue de Cannes, die französisch aussehen und klingen mochten, aber auf deren Versandverpackungen hauptsächlich chinesische Schriftzeichen standen. Als Chloe die Kartons aus dem Regal zog, hörte sie ein Scharren. Sie erstarrte, neigte den Kopf. Das Geräusch wiederholte sich nicht. Doch dann hörte sie etwas anderes. War da irgendwas undicht? Chloe kam oft nach hier unten, wenn gleich widerwillig, und hatte dabei noch nie Wasser gehört. Sie stellte die vermeintlich französischen Kleider bei der Treppe ab und machte sich auf die Suche. Das Tropfen wurde lauter, je weiter sie vordrang. Hier hinten war es noch düsterer als vorn bei den Stufen. Chloe trat hinter ein Regal voller Blusen, die dermaßen hässlich waren, dass nicht mal ihre Mutter sie anziehen würde. Die Großbestellung eines Einkäufers, der, so vermutete Chloe, bereits gewusst hatte, dass man ihn ohnehin entlassen wollte. Sie kniff die Augen zusammen. Komisch. Was war das? In der Rueckwand stand eine Zugangstuer offen. Das Wassergerueusch kam von dort. Die Tür, die so grau gestrichen war wie die Wände, maß ungefähr neunzig Zentimeter mal einen Meter zwanzig. Wohin führte sie? Gab es ein zweites Kellergeschoss? Chloe war die Tür noch nie aufgefallen, aber sie hatte wohl auch noch nie einen Blick auf die Wand hinter dem letzten Regal geworfen. Wozu auch? Warum stand das Ding offen? Womöglich hatte dieser unheimliche polnische oder rumänische oder russische Hausmeister da unten zu tun. Aber nein, das konnte nicht sein. Ihre Chefin traute ihm nicht. Er hatte keinen Schlüssel für die Kellertür. Okay, der Grusefaktor nahm zu.